Ja, liebe Emina, ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben zu sprechen, so ein bisschen über deine Herzensthemen was zu erfahren, über deinen Weg was zu erfahren und natürlich über dein Wirken am ISB als Lehrtrainerin und auch als Beraterin draußen in deinem Projekt. Ich freue mich auch sehr. Und ich habe so als Bild von dir, dass du viel mit den Themen Kultur, Verantwortung, Verantwortungskultur arbeitest und damit auch immer in komplexeren Strukturen arbeitest. Sind das Themen, die dich ausmachen? Total. Also wir haben ja gerade einen sechsten Abschlussbaustein. Das ist immer schön, dass man sozusagen den ganzen Rahmen, den die Leute mitbekommen und gefüllt haben, irgendwie auch nochmal so von denen zurückgespiegelt bekommt, wie dankbar die sind. Und da ging es auch ein bisschen so um die Frage, was sind Herzensthemen von jedem von uns? Und mein Herzensthema ist wirklich das Thema Verantwortungskultur. Und es ist für mich immer wieder selber überraschend, dass es immer noch viel tiefer und umfassender sein kann. Also ich habe auch früher schon mit dem Verantwortungsmodell gearbeitet und das toll gefunden. Und jetzt zur Zeit mache ich fast auch draußen nur noch Verantwortungsdialoge moderierte. Also ich habe im Moment habe ich ein Beispiel, das ich sehr gelungen finde und mit dem ich auch viel jetzt in den Bausteinen gearbeitet habe. Und da geht es um Piloten, die auch Managementverantwortung haben. Was ich jetzt mit denen gemacht habe, war also der Leiter dieses Bereichs, war damit, wie die ihre Führungsaufgabe wahrnehmen, sehr unzufrieden. Und irgendwie hat er mit der Personalentwicklerin hinterher überlegt, was kann man da machen? Und meine Idee war dann eben, wir müssen die überhaupt mal zusammen ins Gespräch bringen über diese unterschiedlichen Erwartungen. Und das ist dann immer ein ganz gewinnbringender Prozess, so erfahre ich das, an dessen Ende häufig ein größeres, ein gemeinsames Verständnis davon steht und ganz oft auch so ein kleiner Prozess dann aufgesetzt werden kann, welche Maßnahmen da jetzt eigentlich erforderlich sind. Und das Schöne ist, es ist eben wirklich auch ein Beitrag zur Kultur, weil meine Kunden meistens eigentlich hinterher resümieren, dass die Art, sich zu unterhalten, wie wir das jetzt hier getan haben, von mir unterstützt, eine Art war, wie sie bisher noch nicht miteinander gesprochen haben. Und natürlich ist als Systemikerin mein Ziel, dass ich mich da auch überflüssig mache und die das dann selber weiter übernehmen. Aber das ist ein schöner Startpunkt, ein Impuls für die Kultur- und Dialogentwicklung. Wie zeigt dich dein Stil und wie zeigen sich diese Themen hier im Curriculum, also in deiner Rolle als Lehrtrainerin? Was nehmen die Teilnehmer von den Themen mit? Was löst es bei denen aus? Was ist so die Relevanz dieses Themenkomplexes für die Teilnehmer hier im Curriculum? Ich denke, die Teilnehmer verstehen in der Tiefe, dass sie erst mal das Instrument der Kulturentwicklung sind. Was wir, glaube ich, wirklich als wertvolle Lernerfahrung vermitteln, ist, es kommt auf dich an. Es kommt auf dich an und es kommt darauf an, ob die Erkenntnisse und die Veränderungen, die du damit verbindest, dass du hier reflektierst wie eine Kultur, also wie ein Beitrag zur Kulturentwicklung aussehen kann, wie zum Beispiel eine noch klarere Verantwortungskultur entstehen kann oder auch eine Beteiligungskultur, ja, wie mehr Dialogkultur überhaupt im Unternehmen entstehen kann. Dafür bist du das Instrument. Da kommt es wirklich auch auf die eigene, auf die Kulturbegegnung an, die man selbst mit dem, was man mitbringt, mit anderen Mitspielern in der Organisation entstehen lassen kann. War das zu kompliziert ausgedrückt? Also ja, das würde ich mal sagen, ist die Quintessenz. Und ich finde, da hört man ja schon mal schön diese beiden Seiten, auch in deinen beiden Beispielen jetzt raus, einerseits zwischen Entwicklung der Person, Entwicklung des Einzelnen in seiner Rolle, in seiner Kompetenz und auch Entwicklung der Organisation. Wie spielt das für dich zusammen? Ja, also das ist unabdingbar miteinander verbunden. Oder man muss anders sagen, wenn das auseinander läuft, dann gibt es ein Problem auf beiden Seiten. Und was wir natürlich versuchen, hier zu unterstützen, ist, dass dieser, also die Menschen, die sich hier professionalisieren, wir sagen ja unsere Personenentwicklung, unsere Personenqualifizierung ist systemintelligent, das ist ja unser Anspruch. Dann möchten wir natürlich auch ermöglichen, dass Menschen, die sich hier bei uns professionalisieren, das in ihrer Organisation tragen und die auch mitentwickeln an dem Punkt. Aber wir müssen uns auch ganz im Klaren darüber sein, dass es da mehr als einen braucht. Der Bernd sagt ja immer, es braucht viele gute Beispiele, damit Organisationen sich an dem Punkt auch entwickeln können. Aber ich bin immer wieder erstaunt darüber, was unsere Teilnehmer doch hinbekommen. Also wie viel möglich wird. Wie viel möglich wird, wenn jemand wirklich sich selbst als ein Kulturtalent erfährt und auch sagt, ich will das hier bei uns in die Welt bringen. Wenn wir jetzt nochmal so auf deinen eigenen Weg gucken, auf deinen eigenen Lernweg, was sind da für dich so wesentliche Elemente, wesentliche Meilensteine, Personen, Begegnungen? Was macht dich da in deinem eigenen Weg aus? Es ist so interessant. Ich habe heute gerade, bin ich nochmal auf eine der Wurzeln meiner professionellen Entwicklung gestoßen. Ich bin ja auch Sprechwissenschaftlerin. Das wissen eigentlich die wenigsten. Also Sprache als Medium, als Heimat, als auch ästhetische Heimat, in der man sich wohlfühlt. Ich bin ja auch eine Leserin und habe auch Germanistik studiert. Das ist ein wichtiges Element. Und ich würde sagen, der Kontakt über Kommunikation und das, was daraus entstehen kann, das ist mir, das ist glaube ich das, was mich auch wirklich ausmacht. Und da war der Bernd eine der Schlüsselfiguren auch für mich. Also ich bin ein Mensch, der sehr stark über Personen lernt und habe mich sofort in den Bernd verliebt. Und konnte einfach alles, was er so erzählt hat, total gut mitnehmen. Was würdest du sagen, gibst du den Teilnehmern, auch den jüngeren Teilnehmern mit auf den Weg der eigenen Professionalisierung, auch in der Phase, in der sie hier sind? Was ist so dein Giveaway auf den Weg? Persönlich auch von dir so? Finde raus, wer du selbst bist und trau dich, das zu sein. Und lerne von da aus. Jetzt nochmal den Blick nach vorne. Zehn Jahre voraus. Was denkst du, wo steht unsere Beratungs- und Coaching- und OE-Profession? Wohin entwickelt sich das, was wir tun? Ich glaube, dass wir von den großen, sehr schwer zu steuernden und unüberschaubaren Konzerneinheiten zurückkommen, zu kleineren Einheiten. Und da wird eine wesentliche Frage sein, wie die sich zusammen organisieren. Und hier sind wir wieder, schließt sich der Kreis beim Thema Verantwortung. Wer hat da welchen Beitrag? Wie sie gemeinsam Verantwortung tragen. Ja, und das hat für mich was zutiefst Humanes und Menschliches. Schön. Vielen Dank. Ich danke dir. Ich danke dir.